Ich werde die Digitalisierung nicht nur in den Schulen vorantreiben. Das ist ein besonderes Anliegen, dass die Stadtwerke verkündet haben, bis 2030 erst ein schnelles Internet in der Stadt zu haben. Ich glaube, das muss man schon fast als Skandal bezeichnen. Das ist schon so wie der Kohleausstieg bis 2038. Dann ist die Erde schon verdörrt, wenn man das so sagen will. Und wenn wir keinen schnellen digitalen Zugang schaffen, dann sind auch die Schulen abgehängt. Und ich finde es besonders wichtig, dass die Schulen jetzt endlich mit Hardware und Software ausgestattet werden. Wir haben gesehen, wie Corona gewirkt hat. Und insbesondere gilt da den Schwächeren in der Schülerschaft, die auch sich nicht leisten können, täglich mit einem Laptop arbeiten zu können. Da müssen wir nachsteuern. Wir müssen die digitale Frage auch sozialer gestalten. Und dafür stehe ich ein. Ich werde die Digitalisierung der Stadt Münster der Schulen zur Chefsache machen. Das wird eine Stabsarbeit unter mir, damit das jetzt endlich Vortrieb gibt. Wir müssen besser werden.